Hallo Freunde, schön dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Ü40 zocken. Vielleicht habt ihr ja in den letzten Tagen auch die Aufregung im virtuellen Blätterwald mitbekommen um die angebliche Abschaltung der Division 1 Server in einem Jahr. Und ich habe hier auch noch eine Anfrage bzw. einen Kommentar vom Agent Henker bekommen und der fragt mich folgendes Hey Ü, Ubisoft soll wohl angekündigt haben, dass die Server von Division 1 in einem Jahr abgeschaltet werden. Hab jetzt selbst nichts gefunden außer einem Video auf YouTube, vielleicht hast du ja mehr Glück. Komm gut durch die Woche. Ja, danke Henker, dass du dieses Thema nochmal angesprochen hast und auch für deine guten Wünsche für die restliche Woche wünsche ich dir und euch allen da draußen natürlich auch. Aber kommen wir jetzt mal zum IT-Thema. Und zwar ging das ungefähr vor einer Woche los, dass auf Steam in der Community-Abteilung oder in der Diskussionsabteilung von Division 1 dieser Post hier aufgetaucht ist. Heißt nichts anderes, dass Ubisoft, ja die Verantwortlichen bei Ubisoft angeblich momentan darüber diskutieren, wann die Server von Division 1 abgeschaltet werden. Und angeblich soll das wohl in einem Jahr passieren. Er kann für offensichtliche Gründe oder aus offensichtlichen Gründen kann er den Namen oder die Position seiner Quelle bei Ubisoft nicht enthüllen. So, und das startete natürlich eine Riesendiskussion und daraufhin gab es dann auch verschiedene Videos auf YouTube. Also ich persönlich schaue mir eigentlich sehr regelmäßig Kamikaze von Doom an und der behandelt solche Sachen auch recht ausführlich und auch sachlich mit Fakten hinterlegt. Und der hat dann vor vier Tagen eben diesen Post aufgegriffen und hat dann auch erklärt, ja aus welchen Gründen es tatsächlich möglich sein könnte, dass die Server abgeschaltet werden. Also wenn euch das interessiert, kann ich euch dieses Video nur sehr empfehlen. Ich werde euch das in der Videobeschreibung verlinken. Aber zu dem Zeitpunkt gab es noch keinerlei Reaktionen, keine gesicherten Fakten, gar nichts. Also da stand jetzt tatsächlich dann nur dieser Post auf Steam im Raum. So, einen Tag später dann allerdings hat ein gewisser Julian Garrity, dessen X-Profil wir hier sehen, auf diesen Post reagiert. Und Julian Garrity ist für alle, ja, die es nicht wissen sollten oder bereits vergessen haben, ein Creative Director bei Massive. Und der war sehr, sehr lange Zeit für das Division-Franchise zuständig, ist dann allerdings zu der Entwicklung von Star Wars Outlaws gekommen. Deswegen haben wir hier einen Haufen Star Wars Outlaws-Content natürlich auf seinem, ja, Profil. Allerdings war auch schon von Anfang an dann immer von Ubisoft bzw. Massive gesagt worden, sobald Star Wars Outlaws veröffentlicht wurde, also quasi jetzt in dem Moment, in dem wir sprechen, kehrt Julian Garrity wieder zurück zu dem Division-Franchise. Und Julian Garrity hat dann, jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich hier weiter runter scrollen, eben auf diesen Post reagiert. Und das waren dann ganz einfache zwei Worte, not true, nicht wahr. Und ich gehe mal davon aus, dass Julian Garrity weiß, wovon er da spricht. Er hat jetzt natürlich keine Details oder irgendwas anderes genannt oder ist tiefer auf das Ganze eingegangen. Aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass er jetzt auch mittlerweile in der nächsten Zeit dann zu Division zurückkehrt. Und wenn er dann uns quasi sagt, dass das Gerücht, dass die Server in einem Jahr abgeschaltet werden, nicht wahr ist, dann können wir uns, ja, eher darauf verlassen als auf andere Quellen. Natürlich muss man dazu sagen, keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Gerade bei Messe von Ubisoft sind mir ja vor irgendwelchen Überraschungen nie gefeit, was uns die Vergangenheit gelehrt hat. Und deswegen muss man natürlich auch diese Info mit Vorsicht genießen. Aber das ist der jetzige Kenntnisstand. Das heißt, Julian Garrity hat gesagt, das hier stimmt nicht. Gut, ich denke, damit können wir alle leben. Dass die Division Server irgendwann mal abgeschaltet werden, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wird irgendwann mal passieren. Immerhin ist das Spiel jetzt schon acht Jahre alt und es gibt keine Updates, keine Global Events mehr und irgendwann wird es halt soweit sein. Aber das Gerücht, in einem Jahr Division Server down scheint erstmal nicht zu stimmen. Das wollte ich euch jetzt nahelegen. Wie gesagt, ich lege euch dann auch noch nahe den guten Kamikaze von Dom. Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit verabschiede ich mich in einen recht sonnigen Donnerstag, mein letzter Arbeitstag die Woche. Und wir sehen uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen hier auf YouTube wieder. Bis dahin, gute Zeit, viel Spaß beim Zocken, bleibt gesund, es verabschiedet sich. Euer Ü40. Ü40.